Hey, herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Mein Name ist Vanessa, ich bin 19 Jahre alt und ich werde diesen Sommer als Au-pair nach Amerika gehen. Genauer gesagt werde ich am 15. Juli ausreisen und dort dann nach New York fliegen und dort erstmal ein paar Tage in der Trainingschool verbringen, um dann weiter zu meiner Gastfamilie zu fliegen. Warum YouTube und warum erst jetzt? Ich habe mich ganz lange nicht entscheiden können, ob ich YouTube mache oder nicht, weil auf der einen Seite wusste ich nicht, okay, ziehst du es durch oder nicht. Weil für mich war es wichtig, dass wenn ich jetzt einen Kanal anfange, dass ich den auch wirklich pflege und immer Videos poste bzw. hochlade. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch einfach eine ganz gute Möglichkeit. Ja, meine Freunde und meine Familie auf den Laufmünze halten, wie es mir geht und was ich so mache. Aber ich wollte auch einfach etwas Aktuelles jetzt bieten, quasi für die, die sich noch nicht so ganz entschieden haben, ein Au-pair-Jahr zu machen. Wollte ich auch eventuell zeigen, wie ein Au-pair-Jahr so abläuft. Ich weiß, es gibt schon sehr viele Au-pair-Videos auf YouTube, aber ich dachte mir so, ja gut, ein Au-pair-Kanal mehr oder weniger schadet dann auch nicht. Genau, und so kam es dazu, dass ich jetzt hier gelandet bin und versuche regelmäßig YouTube-Videos zu machen. Ich hoffe, dass ein gewisses Interesse an meinem Leben dort in Amerika als Au-pair entsteht. Ich weiß ja, dass es sehr viele Videos gibt, dass man sich eigentlich schon fast gar nicht mehr retten kann vor den ganzen Au-pair-Videos. Aber ja, trotzdem hoffe ich natürlich, dass ihr weiter dran bleibt und mein Jahr mit mir verfolgt. Falls das nicht der Fall sein sollte, ja, dann ist das so. Das kann ich auch nicht ändern. Aber genau, die nächsten Videos werden dann erstmal etwas genauer zu meiner Agentur sein und dann auch genauer zu meinem Au-pair-Jahr bzw. mein Leben dort dann in Amerika. Also bis dann. Tschüss!